Okay, jetzt machen wir es nochmal. Jetzt drücke ich auf Fein Lean und jetzt fangen wir an, den weiter runter zu drehen. Ich nehme jetzt einfach immer mehr, das Gemisch mache ich ärmer und ärmer und ärmer. Man sieht, dass Langsichttemperatur ansteigt und jetzt sagt der Lean ist. So und jetzt 10 Grad Celsius wieder oben drauf. Jetzt müssen wir es hier drauf, die GT. Was zeigt er jetzt hier an? Weiß ich nicht, ich glaube du musst jetzt nächster Step machen. Jetzt sind 10 Grad Celsius, also 700... Also weniger, ja. Ja, aber da gehen jetzt die Zylinder durch. Müssen wir jetzt den wärmsten nehmen? Ja. So, jetzt haben wir 838, dann gehen wir auf 828. Genau. Das war zu viel, hier ein bisschen wärmer. Okay, jetzt haben wir 828. Jetzt schauen wir mal, Fuel Flow, was er hat. 31 Liter. Das andere, wir haben vorhin gesehen, er war an diesem Teilstrich, oder an dem Zwischenteilstrich und ist jetzt auch im Prinzip 2 drunter. Wir haben das Thema, die Drehzahl ist bei 24, die Fahrt ist bei 205.